Hi, ich bin der Isaac, ähm, Maggie um genauer zu sein. Um noch genauer zu sein, Tainted Maggie. Faszinierend, oder? Äh, Curse of the Lost. Well, shit. That's not optimal. Na ja, zacki zacki rum. Ist praktisch. Würde ich nehmen, wenn er mich reinlässt. Aber nur wenn. Schmerzhaft. Naja. Anyways, Euthanasia. Eh, I don't know. Auf jeden Fall ein nicees Item. Das nehmen wir doch gerne. Nice. Ich könnte in die ganzen Banausen ja eigentlich auch reinrennen, ne? Das macht auf der ersten Ebene nicht so viel aus. Also einmal BAP. Let's go. Maggie? Wie schlecht ist das? Das Ballert. So, und ich hätte gerne eine Bombe, weil ich predicte, dass hier der Secret bonus ist. Das war's. Finden wir hoffentlich noch raus. Äh, äh, hello. Aua. Ja, und die kann hier auch einfach reinlaufen. Ah, warte mal, die Bombe. Nein. Skill issue. Fuck. Die hätte ich rein schubsen können. Und ich auch einmal. Oh, das waren vier Herzen. Puff. Das ist schon satisfying. Oh. Oh. Ja. Das sollte sehr gut synergisen. 120 Volt. Ballert. Au. Ja, nee, Alter. Nicht lang fackeln. Einfach reinrennen. Uff. Das hat ein bisschen weh. Hallo, fruity. Psam. Wollen wir mal ein bisschen boxen? Oh. Mach nicht diesen. Ah. Aua. Okay. Kommt vor. Box. Stark. Sehr stark. Huiuiuiui. Was machst du? Ranger. Ah, wichtig. So. Das heißt ja, wir haben eine Bombe. Das heißt, wir können Konter marschen in den Secret Room da unten gehen. Da oben. Hier links. Hier unten. Ja. Aha. Mehr Bomben. Let's go. Vier Cent. Ja, nein, vielleicht. Boah. Erstmal den einen liegen lassen. Boah. Da kann sicher was gegönnt werden im Shop. Wichtig. Hallo. Hallo. Melter. Yes, sir. Huuu. Nehme ich die mit? Ach, komm. Gratis Hit. Warum nicht? Äh, alternate floors. Weil, warum nicht? So. Du hast eins. Ja. Äh, ja. Ich hab nur Herz und Isaac aus irgendeinem Grund. Nicht mal Blue Baby geschafft. Tragisch. Oh, das sind einige Kerle. Näää. Mein Sohn. Komm nicht so nah. Wow. Und einen Schlüssel bekommen direkt. Wichtig. Ja, wenn du so schon guckst, Isaac, dann kann das ja eigentlich nur scheiße sein, oder? Dann könnte ich auch gekonntermaßen das absorben und hoffen, dass es was Gutes ist. Oh, ja. Ha, ha, ha. Wichtig. Jo, Poli, halt Abstand, ey. Wir müssen nicht drängeln. Kommt jeder dran. Aaaaah. Wichtig. So, kein Schlüssel für den Shop. Ist tragisch. Aber passiert. Und das ist ein bisschen broken. Fällt mir grad auf. Aaaaah. Aaaaah. Fuck. Ey. Rusted Key. Boah, das wird ein richtiger Trinket Run, oder? Feier ich. Trinket Runs sind lustig. Naja. Na, gehen wir noch. hier unten reingucken. Dass die Kerle so können. Ei, dankeschön. Ist noch irgendwo einer? Es sind noch einige. Na, es geht ab. Äh, Secret Room. Yo. Secret Room? So, so, so. Überm Shop. So, so. Überm Shop. Oder? Oder zum Kaltraum. Das könnte auch noch sein. Das könnte natürlich auch noch sein. Ja? Kamera? Nee? Okay, dann muss er ja hier sein. 100%. What? Nee, dann ist er nicht da. Alter. Oh mein Gott. Ich könnte rollen. Naja, gut. Hi. Na. Es geht ab. Ich habe auch lustiges Creeper. Meins tut ein bisschen mehr weh. Au. Ah, warte mal. Kriege ich, wenn ich die... Oh, erstmal Devil Deer gelandet. Let's go. Binky. Absolut huge. Wenn ich Temporary Red Heart Damage bekomme, zieht es mir dann keine Chance ab? Äh, wir wollen nicht Mother machen eigentlich. Habe ich keine Lust. Ich würde gerne lieber so viel wie möglich machen erstmal. Eisdorf Angel Deers gehen. Mega Center machen. Und vielleicht Delirium. Und vielleicht Delirium. Boss Rush brauchen wir ja nicht mehr, oder? Doch, brauchen wir. Wir brauchen Boss Rush und Hash. Ja, ich... Hier. Wir sollten uns beeilen. Kaputt. Kapuf. Ich habe keine Bomben. Äh, he. So, wir machen erstmal Instant Boss Fight, weil... Was soll schon schief gehen? Hier, Min Min. Hat vorhin schon mal aufs Maul bekommen. Bekommt wieder aufs Maul. Habe ich gerade entschlossen. Nee, he, he. Hat der gerade... Habe ich gerade geschlagen, obwohl ich nicht getroffen worden bin? Oh, das ist mit Proximity. Okay. Du kannst ja richtig skillisch spielen. Okay, kranker Charakter. Geil. Ach, keine Ahnung. Yo, Min Min. Fuck you. Du bist immer noch schlecht. Danke dafür. So, einmal bitte Vollfeuer gern. Äh, der Secret Room könnte da unten sein. Könnte, perhaps, möglicherweise... Äh... Bitte nicht. Dankeschön. Oh, ich muss schnell sein. Kann ich... Kann keine Gold... Mhh... Oh, Ludo. Ne, Ludo wollen wir nicht. Monster, Manuel. Ja. Gib mir Bob's Brain. Müsst du nämlich tot sehen. Danke. Hi, Ref. Was machst du hier? What? Okay, sorry. Ich wollte dich nicht aus dem Spiel löschen. Ich hab eigentlich nichts gegen dich. Hi, Mirror Dimension. Znachnachnabne. Was? Au. Bin in den Sternen. Das mach ich gern. Einfach auf der Mirror Dimension. Thrown. Wie einen Stock. Dab, drap. Wegst du halt so. Genauso wie ihr. Und... Was macht ihr hier? Ihr wart nicht eingeladen. Hälterei. Der Boss. Min Min erneut. Ähm. Ja. Guck mal. So gelb wie du. Ja. Dann können wir noch den abholen. Ah, Secret Dunk. Oh, der ist... Äh. Der ist genau hier. Ich fühle es. Das ist tatsächlich. Sehr normale Secret Room. Wichtig. Oh mein Gott. Das ist das Geld. Das ist suddenly... A suddenly... Geld has appeared. in the basement. Da kann man sich auch mal was gönnen, oder? So richtig schön. Einmal reinziehen. So, ähm... Sackhead ist halt einfach broken. Einfach Pickups zu haben ist... Oh mein. Nevermind. Ich kann mir das andere, glaube ich, auch holen. Ah, zwei Münzen. Ah, das ist so tragisch. Tja. Ähm. Meins eins. Das ist so nicht schlecht. Zacki, zacki. Raum for free. Mit Magic Skin. Das ist der Secret Room. Hell yeah. Oh. Oh. Ich bin auch echt verlockt. So volle Kanne. Hier einfach Magic Skin reinzuwerfen kommen. Äh. Oh. Und. Ah. Fucking hell. Fucking missing patch 2. Alter, das war es nicht wert. Aber warum habe ich das getan? Ich hasse mein... Oh. Oh. Nein. Nein. Und da war die Energy Chance auch weg. Schade. God. Dammit. Naja. 23 Prozent. Komm. I believe. Geld. Nice. Danke. Richtig. Treasure Room. Meine Güte. Butter. Sie haben das hier. Oh. Gute Entscheidung. Wichtig. Bitte nicht. Was macht ihr dann da in der Mitte? Ja, hier frisst Bombe. Und ich komme dann in das Loch. Noch besser. Oh mein Gott, wo ist der Shop? Nein, bitte nicht. Shop, wahrscheinlich hier sein. Irgendwo, hoffentlich. Irgendwann. Aha. Hello, Poco. Ja, komm. Hello, Tough Ones. Tough Twins, sorry. Almost. Nee, hi. Oh mein Gott. Er wurde einfach gemördert. What? Huh? Ist das wegen Juthanasia? Juthanasia? Yo. Sick. Esspit. Fucking hell, I hate it here. Hi. Na? Da ist der Secret Room. Oh mein Gott, er ist da wirklich. Na, ich meine natürlich, ich wusste, dass er da ist. Justice. Ballert. Und das war close. Ich habe die Spikes am großen C gespürt. Oh, Mom's Fußnagel. Nee, danke. Oh mein Gott, ich habe eine Fliege bekommen. Yay. Oh, Monique. Oh, das ist, das ist. Das ist not bad. Oh, hier eure fliegende Variante. Eure Cousins. Aber auch nicht so tough, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig. Oh, nein. Ich habe sogar einen Angel Deal. Holy shish, Diggy. Hi. Ich mag Magic Skin. Ist ein gutes Item. Ja, ja. Gehen wir auch hier lang? Ja. Ja, gehen wir. Dann kriegen wir hoffentlich auch Boss Rush und Hashi. Ja, ja. Gehen wir hier rein. Und realisieren. Wenn das hier einfach nur Schmerz ist. Yo, Alter. Ah. Das ist ein bisschen gefährlich. Das war meine Deal Chance. Und das ist mein Leben. Ah. Nicht da, nein. Bombsarkis. 2,20 Schlüssel. 3 Bomben. Nee. Das heißt, ich fütter ihn. Keiner. Ich habe was mitgebracht. Kleines Buffet. Yo, Alter. Friss halt noch mehr. Yo, hör auf, dich selber umbringen zu wollen. Ich will dich füttern, dass du groß und stark wirst. Und mir was Gutes gibst. Hallo. Was soll denn das? Was soll denn das? Ich hätte ihn doch gebraucht. Oh mein Gott, ich schaffe Boss Rush nicht, oder? Warte mal, wann ist Boss Rush für... Ah. Alternate Flos. Ah. Ah. Oh oh. Oh oh. Ah. Alles wird gut. Solange du wild bist. Es ist nur ein großer Raum. Oh mein Gott, das ist ein Herz. Das ist noch ein Herz. Herzen. Herzen. Alles gut. Alles gut. Ich lebe. I'm alive. I'm fine. Ah. 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 Okay. 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 Bloody Gast. Nee. Magic Skrrr. Damn you. Bitch. Wir hätten gerne einen Shop noch, ne? Das ist kein Shop. Das ist auch kein Shop. Schade. Ah. Nein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Au. Diese Kollegen sind nervig. Hourglass. Ähm. Nee. Ich bin raus. Das ist hier der Secret Room. Bam. Alla. Lixer. Nein okay. Mal lacker. Lacker. Sau. Okay. Wahrscheinlich auch nicht nein. Der Lover spallert auch. Dann. Spannten wir zum Boss. Ei. Oh nein. Hier. Das ist wichtig. Äh. Nein. Ah. Wie will man dodgen? Wie? Wie? Hell yeah. Wichtiger Schuss. Sehr wichtig. Oh. Er ist gehauen. Mein Kollege ist tot. Nein. Und ein Deal gehittet mit 9,3%. Ei. Ei. Eiei. Und es sind einfach nur Herzen. Naja gut. Es hätte auch Magic Skin sein können. Bäh. Chill. Mal. Deine Nuggies Brody. Danke. Oh mein Gott. Gehenna 2. Ei. Ei. Knöppel drücken. Oh. Bäh. 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 Okay. Großer Kerl. Sehr großer Kerl. Das ist der Geheimraum. Oh mein Gott. Wie macht er das? Ei. Wie tut er? Okay. Ahem. Jetzt beruhigen wir uns mal wieder. Speed Up. Guck. HP Apps. Shot Speed Up down. Wichtig. Es läuft. Zwar ist jeder fucking Angel dir Magic Skin, aber es läuft. Okay. Shop gefunden. Wichtig. Ich hätte aber auch gerne mein Item Raum. Item Raum. Hallo Shop. Mama Mega. Ja. Ja. Of course I do that. Of course I take that. Heißt. Selbst wenn ich jetzt nicht Boss Rush bekomme, kann ich ihn machen. Ich könnte zwar auch Hush machen, aber... Ich glaube, Hush könnte ich noch erreichen. Gleich. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Wild. Wild Unterleben noch zwei. Ich habe sie aber nicht gesehen. Naja, gut. Ich bin trotzdem wild. Auaua. Don't harass me, please. Leo. Fuck you a la Big Chubby. Wenigstens ist ein Item. Danke. Es wäre nicht okay gewesen, wäre es nochmal Mergex-Skin gewesen. Dann hätte ich es gelost. Aber gequittet. Ich hätte ein Juli gemacht. Secret Room. Hier. Ich sage es euch. Ich weiß was, was ihr nicht wisst. Ne, nicht wirklich. Ich rate eigentlich. Relativ viel. Kein Boss Rush. Guck mal. Da nehmen wir... Äh, wir sind nicht mehr aus einem halben Herz. Nehmen wir uns negativ mit. Ah, richtig. Hi, Magic Skin. Hehehe, funny. Boss Rush. Hi, du bist doch offen. Oh mein Gott. Ich bin an Monstros lang interessiert. Aber der Slow Play wäre, glaube ich, Hell of Lies. Ähm, ähm, lustig. Ui. Uiuiuiui. Be gone. Komm. Uiuiui. Und Big Chub. Big Chub regelt es. Äh. Gisch. Kabisch. Äh, was? Viel, viel easier als Hush. Deswegen, ähm... Ich mach erst mal das. Ah, das hat sich übergreift. Ah, ah, ah. Oh mein Gott, Alter. Be gone, Death. Wo ist dein Pferd? Dein Pferdinand. So, und die letzte Wave. Mit... Get them. Ah. Little Chub. Ne, Little Chub? Little Chub. Ne, Little Chub ist das Item. Is there no chat? Blood Rides. Ja. Fuck you, bitch. Nah, fam. Ah, mach ich den. Ah, meine Karte, meine Herzen, meine... Ah. Äh... Das, das hab ich gerade... Eih... Wuh! Das tat weh. Mein ganzer Plan. Die... Gone. Reduced to Adams. Meine Güte. I don't know. Du müsst mich, glaube ich, ein bisschen beeilen. Ich will gar nicht auf die Uhr gucken. Ich lass mich überraschen. Alter, Big Chub hat gerade einfach die ganzen Tears von... Glatni geblockt, Alter. Was geht ab? Richtiger MVP, der Junge. Arcade. Mal kurz reingucken. Äh, nee, danke. Wir müssen los. Wir haben keine Zeit. Aha. Wir haben keine Zeit. Ja, wir haben keine Zeit. Wir haben so keine Zeit. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Das ist ein Item. Wichtig. Blab, blab, blab. Ah, Sack, das ist erneut. Wichtig. Nee. Nee, Lukas. Genau das Gegenteil, Alter. Warum wichtig? Hallo, Boss. Endlich. Warte, bist du nicht live? Ach, warte mal. Richtig. Da war ja was. Ah, okay, okay, okay. Bye, bye. Okay, kein Hashi. Und es ist... Oh, ich bin voll gesteigt. Ah, es ist Magic Skin. Naja, ich habe ja jetzt Platz dafür. Leider kein Hush. Das ist ein bisschen tragisch, aber... Naja. Und boah. Das ist einfach ein little Chat. Willst du mich... Ja. Ja. Die Kollegen müssen noch zusammenleben. Boah, die können jetzt richtig cool rumhängen, Alter. Guck sie dir an und ich sterbe. Wichtig. Dice Shot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, the moon? Warte mal. The moon. Okay, wir müssen wieder zurück. Hi, Sloth. Was machst du hier? Nochmal, the moon. Äh, komm schon. Mach ich ne. Oh. Mr. Boom. Wichtig. Ne, nicht wirklich. Absolut irrelevant, um genau zu sein. Keine Ahnung, warum ich wichtig gesagt habe. Aber gut. Ich habe es gerade mit wichtig. Wichtig. Ui. Ui. Einmal bitte. Okay. 21, 22, 23, 24. Oh, okay. Es war sogar zu langsam. Und... Okay, er regelt einfach. Okay, ja mach ruhig. Komm. Ich dodge hier, ne. Oh, du ist dead. Oh. Schade, zu viel erwartet. Aber kranker Carry. Muss man ihm schon lassen. Und er ist auch schon halb tot. Boom. Ah, Bomben fliegen. Nice. Danke, little chat. Mwah. Hallo. Na, Darkroom. Skid up. Boom. Ah, so cool. Oh, Spirin of the... Oh, this is... Äh, ich mach mal den. Ich mach mal den. Und das sollte reichen. Heißt, wir suchen hoffentlich sehr zügig. Ähm, der Lamp auf. Machen, äh, Megasunter. Und dann... Vielleicht noch Delirium. Ah, nur vielleicht. Und Seeker Grom zu finden, wird lustig. Da muss ich komplett raten. Keine Ahnungspunkte, whatsoever. Denk ich. Es fühlt sich ein bisschen nach Boss an. Ich bin mir aber unsicher. Ich könnte mich auch irren. Ist ein länglicher Raum. Okay, aber wir gehen relativ gut weg von... Von Spawn. Ich könnte hier optimales Pathfinding haben. Aber nur vielleicht. Oh mein Gott. It is him. Ja, cool. Danke fürs Herz. Das ist... Sehr großzügig. Und dann... The Lamp. Fuck you. I'm here. Come here. You bitch. So. Ja. Ja. Kann sie schaffen. Aua. Oh, oh. Leicht gruselig. Geh einfach nur im Kreis. Einfach nur im Kreis. Okay, never mind. Charge, charge, charge. Meine drei. Oh mein Gott. Die drei Geminis. Oh, da wäre Delirium. Äh, nee, danke, Brudi. Nee, ich mach lieber Mega-Santa. Aber... Ich müsste vorher noch ganz kurz... Ein bisschen aufchargen. Mein Le... Leben. Chargen. Mein sogenanntes Leben. Äh. Nein. Danke. Ja. Komm, gib dem Herz. Äh. Nochmal zwei Bomben. Und jetzt rennen wir schnell zum... Goddamn Mega-Santa. Come here, you bitch. Ich hab gar nicht mein... ...Dings benutzt. Ich hab's vergessen. Goddammit. Aber ich will ihn einfach... ...fertig machen, jetzt so. Schnauze voll. Ich würde gerne in der, ähm... ...wenn's möglich ist... ...in meiner Zone dran stehen. For the extra damage. ...mich... ...au. Hui. Ähm. Setz mal nicht an. Setz mal erst ein, wenn wir einen Schaden bekommen haben. Ei. Oh. Er hat was g'roppt. Er dropped was. Nicht durch. Glaubst du noch eins? Aufliegen ist so wichtig, danke. Über zwei Stück. Oh, das tut weh. Das tut weh, ich bin echt nicht schnell. Obwohl, 1,5 ist eigentlich okay. Sollte mich mal nicht so anstellen. Okay, der darf es anyways. Komm her, war. Ich hatte mir gerade schon zweimal. So ein Champion. Und selbst da hast du nichts gemacht. Ey. Oh, Megablast. Oh nein. Ich hab zu früh losgelassen. Oh. Super irgendwie. Jo, wie wär's mit so einem nicen, aber dicen Iphanesia Brock? Nein? Argerisch. Ich glaube, ich habe gerade mein Handy gehört. Ah. Komm her, Last. Kleine Schlawine. Kleiner Lüftmolch. Ah, Herz. Nice, danke. Hab dich auch lieb. Äh. Yo, Wealth. Zöger das mal jetzt nicht so raus. Danke. Äh. Äh. Mehr Bomben. Viel, viel mehr Bomben. Yo, Glutny. Kill sie. Kill them. Wichtig. Right. Be gone. Danke, Glutny. Das war wirklich sehr hilfreich. Und auch noch Heilung rausgedroppt. So, dann brauchen wir noch die Engel. Und dann. Ja, komm. Nummer 1. Und dann haben wir es schon fast. Oh, mit uns zur Hälfte. Ich finde tatsächlich die erste Hälfte immer am schwersten von Mega-Satan. Weil einfach die ganzen Gegner wiederkommen und, ey. So viel Verschiedenes. Zweite Form von ihm ist einfach nur, yo. Dodge and... Dodge, duck and dieve und so, ne? Ui. Mach dich weg, du Sau. Mach dich weg. Hallo. Die Health Bar ist schon nicht mehr existent. Danke. Das ist wahrscheinlich zu early. Ja. Aha. Okay. Es hat nichts gebracht. Okay. Ich habe gesagt, die Phase ist leichter, also. Zeig, dass sie leichter ist. Oh mein Gott. Big Chop. Big Chop regelt. Ich habe nichts zu tun in dem Fight. Oh mein Gott. Okay, ich, ich feile. Oh mein Gott. Nein. Big Chop. Big Chop ist sooo. Am Carrying. Er versucht es. Er gibt sich sehr große Mühe. Leider bin ich auch sehr inkompetent. Oh mein Gott. Big Chop, bitte. Please save me from my sins. Ich hab zu früh losgelassen schon wieder. Zwei Schuss noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Big Chop, du bist absoluter Carry. Bestes Item, danke, es ist zu Ende. Ich muss nicht den Lirum verhalten. Anyways, GG. Let's go. Let's go. Fucking insane. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.